Robert trägt weiße Schuhe. Er trägt auch Strumpe und ein schwarzes T-Shirt. Er hat auch eine schwarze Tausch. Sein Stil ist sehr cool. Es ist sportlich und ist sehr komfortabel. Für die Modus-Shirt trägt mein Modell schwarze Jeans aus 100% Gummelt. Die Hose ist nicht eng. Der Gürtel für die Hose hat große Ring aus Metall. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt mit dem Namen von der Musikbeam, Pink Floyd und Rosa geschrieben. Im Hintergrund gibt es ein Bild von einer Fabrik und darüber ein fliegendes Schwein. Die Socken sind drauf mit Glitzern. Sie haben weiße Schiffen und oben einen gelben Streifen. Sie hat Henkerringe aus Silber. Der eine hat eine Blume drauf und der andere eine Feder. Sie hat auch ein Armband aus Elastik in Türkisch, Weiß und Gold. und ein Armband mit Milch, Milch Shem. Sie hat zwei Halsketteln. Einen mit kleinen Pistallen und die andere mit Liebe darauf geschrieben. Die Kleider und die Schmecke sehen ihr sehr gut. Es ist alles sehr modern. Sie trägt einen schwarzen Eleftersputschel, eine schwarze Hose, schwarze und weiße Schuhe. Der Sweatshirt besteht auf Baumpode. Sie hat eine schwarze Eleftersputschel, schwarze, rote und schwarze und weiße Schuhe. Der Stil ist cool und facetalisch. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid mit kleinen weißen Puppeln und schwarzen Sandalen. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid mit kleinen weißen Puppeln und schwarzen Sandalen. Sie trägt die richtige Größe. Der Fan geht zu wichtigen Designer-Klamotten. Im Sommer tragen sie Short-T-Shirt und Leifverkleidung. Es ist kein Designer-Kleid. Sie dürfen ein nächstes Kleid. Das für den Sommer genial ist. Bei Essen weiter ist es ungewöhnlich zu tragen. Ja, dieses Kleid kann sehr nett in der Schule getragen werden. Ich trage ein grünes T-Shirt und eine grüne Hose. Ich habe blaue und weiße Schuhe mit schwarzen Fronten an. Mein Brille ist schwarzen und verschlebt. Und mein T-Shirt geht auf Bambu. Das Modell trägt einen orangefarbigen Rock und klare blaue Kleidküten, darunter ein blau-graues T-Shirt. Außerdem trägt er eine grau-hose und schwarze Zürcher. Die Kleider sind orange, hellblau, dunkelblau, grau und schwarz. Die Kleider sind aus Baumwolle und Kunststoff. Das ist sehr gut. Der Trend ist Plastik. Na klar, sehr schön und für jeden zugänglich. Es ist ein cooler, guter und trendiger Stil. Das Einzigartige Beläge ist und total gut aussieht. Das ist festlich und cool Kleidküten. Steht vermutlich ein Kleidküten. Die Kleidküten. Die Kleidküten. Die Kleidküten. Die Kleidküten. Die Kleidküten. Untertitelung des ZDF, 2020